Dann bin ich der Lust gefolgt und dem Herzen und habe gesagt, jetzt gehen wir es an, jetzt gründen wir eine Partei, eine Bewegung. Und das war schon heavy. Also die österreichische Volkspartei, der Generalsekretär, hat damals gesagt meinen Mitstreitern, ach, den Strolz, den bringen wir um in drei Tagen. Und da soll man durchaus Respekt haben, wenn das der Generalsekretär einer Regierungspartei sagt. Wir haben uns dann später, also da kam noch die Nachhaltigkeit dazu als ein Kernwert und zwei Haltungswerte, sehr unüblich für Parteien, für politische Bewegungen, das ist die Wertschätzung, also das Versprechen, wir werden im Positiven bleiben und die Authentizität. Also wir wollen ehrlich sein, nicht lügen, gar nicht einfach in der Politik. Wenn man mit Christian Lindner spricht, der tut alles dagegen, dass man ihn neoliberal nennen kann. Ihr habt jetzt neoliberal quasi schon im Namen. In Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich. Naja, das muss man aber auch verstehen. Natürlich ist der Name dann ein Stück weit von der Kombination her verhängnisvoll gewesen. Also das Leben wandelt sich ja laufend und es wird keiner als jener geboren, der von Geburt bis Lebensende ein Verlierer ist oder ein Gewinner, sondern die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Biografie gehabt zu haben. Ich will eine Republik Europa, das ist meine Vision. Ich glaube, dass aus Krisen, und die werden kommen, mittelfristig eine Republik Europa erstellt. Also der österreichische Nationalstaat stirbt. Langfristig ja. Ich glaube, dass ich manchen zu energetisch bin. Das sind ja nicht jene, die mich hassen, die halten mich nur nicht aus. Die sagen dir erst mal zu, ja, Duracellhase. Dazu muss man sagen, ich bin wesentlich ruhiger geworden. Das fällt dir natürlich nicht auf, weil du mich nicht kennst. So, eine neue Folge, junger Ip, wir sind in Wien. Wo sind wir genau? In Wien. Wien, Wien, Wien City. Wienerster Bezirk, da draußen vor unserem Fenster, vor unserem Balkon ist das Parlament. Der Volksgarten, da drüben ist, genau vis-à-vis 10 Meter, die Rückseite vom Burgtheater. Ja, also so mittendrin in Wien. Aber das Parlament ist gerade unter Construction. Das Parlament wird umgebaut. Wir sind eine Baustelle. Nicht nur im Parlament, aber auch im Parlament. Das ist für drei Jahre ausgesiedelt worden. Das heißt, wir sind für unsere Sitzungen in der Hofburg derzeit. Und die Büros sind rund um die Hofburg verstreut. Und wir sind hier in den Räumen, in den ehemaligen Räumen der Grünen. Wir sind gerade umgezogen. Die Grünen sind ja, Klammer, leider, finde ich, nicht mehr im österreichischen Parlament. Und ja, wir hatten, wir sind eine kleine, junge Bewegung. Wir waren verteilt auf mehrere Standorte und haben die Chance genutzt, uns hier zu sammeln an einem Standort. Stell dich doch mal vor. Matthias Strolz mein Name, bin Vorarlberger, bin auch Wiener mittlerweile, bin Österreicher, Europäer, Weltbürger hoffentlich. Ich bin im Parkbau, bin auf tausend Meter Seehöhe aufgewachsen. Mit vielen Deutschen im Übrigen. Also wir hatten eine Frühstückspension. Da waren immer Deutsche unsere ständigen Begleiter, vor allem im Winter. Das heißt, ich habe Weihnachten eigentlich immer mit, meistens mit derselben Klick gefeiert. Die waren wirklich mit uns im Wohnzimmer teilweise. Die kamen meistens so aus der Gegend Frankfurt, Stuttgart. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Ich mag die Deutschen sehr. Also wir haben abendelang Würfelspiele, Kartenspiele gemacht. Man muss sich auch vorstellen, ich komme da aus einem sehr behüteten, katholischen Gebirgsdorf und die sind da eingefallen jedes Jahr mit einem anderen Sprachduktus, mit irgendwelchen Strangenbüchern, mit Wurzelzigaretten. Ich habe dann einmal mit 15, glaube ich, die Shit dann geklaut, ohne Filter, habe das Kraut mal probiert und das hat mich durchgeputzt. Das war lustig. Also eine sehr gute Erinnerung an die Zeit. Das war eine andere Welt, die mir auch eröffnet wurde. Das war mir als Kind, als Jugendlicher damals nicht bewusst. Die sind auch laufen mit unterschiedlichen Lebenspartnern gekommen. Auch das war seltsam. Wir haben untereinander auch gewechselt. Strange. Vorarlberg kenne ich ein bisschen, wenn man mit dem Zug von Vorarlberg nach Wien fährt, braucht man sieben Stunden. Ja. Dann fährt irgendwie noch über München und so weiter. Man fährt nicht über München, aber über Rosenheim. Also wenn man über das sogenannte Deutsche Eck fährt. Es gibt das große Deutsche Eck und das kleine Deutsche Eck. Das große Deutsche Eck ist an und für sich mit der Autobahn auch vorbei an Rosenheim. Das ist der schnellste Weg nach Westen in Österreich. Ich kann auch irgendwie durch die Berge weiter südlich fahren, durch Salzburg nach Tirol. Aber das ist sehr zeitaufwendig. Vorarlberg ist schon weit weg von Wien. Vorarlberg ist sehr weit weg. Es gibt ja immer dann irgendwie auch den Witz, was Gott mit einem Berg getrennt hat, soll der Mensch nicht verbinden. Das Adlberg-Tunnel, das war, ich würde sagen, um, ich weiß gar nicht, die Eröffnung wird gewesen sein, so um die, um 1980 herum. Das war damals das längste Tunnel der Welt und das war die Verbindung durch den Berg Tirol-Vorarlberg. Davor musste man über den Adlberg. Der war natürlich im Winter auch öfter gesperrt. Was unterscheidet den Vorarlberger vom Wiener? Noch viel. Der Vorarlberger ist ein Alemanne. Also, wir sind recht ähnlich den Baden-Württembergern, den Schwaben an und für sich. Es gibt eine Sprachgrenze, die durchläuft, also die baiowarische Sprachgrenze durchläuft Tirol im Westen. Das heißt, der Vorarlberger spricht ähnlich dem Schweizer oder der Schweizerin. Da bin ich sie, da bin ich gewesen. Wir sprechen auch immer im Perfekt, da bin ich sie. Deswegen fällt es Vorarlberger gar nicht leicht, ins Hochdeutsche oder was immer das jetzt ist, was wir hier machen, zu wechseln, weil wir einen anderen Satzbau haben mitunter. Da bin ich gewesen, das wird dann zu, da war ich. Ja, der Vorarlberger ist sehr arbeitsam, sehr sparsam, ist ein bisschen ein Schott Österreichs. Er muss Acht geben, dass er nicht einen Drift ins Zwänglerische bekommt. Schaffer, Schaffer, Hüslebauer ist so unser Motto. Also arbeiten, arbeiten, sich ein eigenes Haus bauen. Während so im Osten Österreichs eher das laissez-faire beginnt. Und das ist, schauen wir mal, wir sind auch sehr geradlinig. Manche sagen, wir gehen zum Lachen in den Keller, das finde ich nicht. Starke Industriebasis. Wir sind in diesem Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Österreich, also direkt am Bodensee. Waren immer sehr exportorientiert. Hatte früher eine extrem starke Textilwirtschaft, Vorarlberg. Und heute? Heute sind wir gesegnet mit vielen sogenannten Hidden Champions. Also zum Beispiel, wenn ich eine Schublade rausziehe, diese Scharniere. Da gibt es Weltmarktführer, Seilbahnbau, einer der Weltmarktführer, aber auch Packaging in verschiedensten Bereichen. Also ganz tolle Industriebetriebe. Der Strukturwandel ist gut gelungen in den 80ern aufwärts. Ja, Tourismus ist auch wichtig. Fremdenverkehr hat das früher noch geheißen. Das ist lustig. Früher gab es wirklich in jedem Dorf ein sogenanntes Fremdenverkehrsamt. Das ist das heutige Tourismusbüro. Ja, Arlberg ist natürlich, glaube ich, auch in Deutschland mitunter bekannt. Lech, Zürs, St. Anton ist dann schon die Tiroler Seite. Ja, und ich bin so irgendwie in Wald am Arlberg aufgewachsen. Das ist, wenn man so will, der günstige Parkplatz für Arlberg-Urlauber. Jene, die den Arlberg wollen, aber nicht den Arlberg zahlen wollen. So irgendwie. Bist du aufgewachsen? Wolltest du dann nach der Schule Politiker werden? Wolltest du das werden, was du jetzt machst? Ja, schon. Also in der Matura-Zeitung, also Abitur-Zeitung, steht schon irgendwie von meinen Klassenkolleginnen und Kollegen auch, dass das wahrscheinlich ein Politiker-Karriere werden wird. Warst du also Schulsprecher oder so? Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher. War dann Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck. Hab Ministranten-Ausflüge oder Lager organisiert, schon mit 13. Also das Miteinander hat mich immer interessiert. Das hat mich immer fasziniert. Dort, wo Menschen miteinander irgendwas tun, Dinge anpacken, Lösungen vorantreiben. Das hat mich fasziniert. Also ich war bei der Harmoniemusik Wald am Arlberg zum Beispiel. Ab 10 mit Klaranette und Saxophon. Das habe ich geliebt. Wir sind viel in Süddeutschland auch aufgetreten. Also kann ich mich erinnern. Karlsruhe zum Beispiel waren tolle Ausflüge. Auch das hat damals meinen Radius ein Stück weit erweitert. Ich bin ja nicht so weit herumgekommen, aber mit 11 war man schon für Auftritte in Karlsruhe. Das hat einen mächtigen Eindruck gemacht. Hast du irgendwas studiert noch? Ja, ich habe dann internationale Wirtschaft studiert. Also eigentlich Politik. Haben aber alle gesagt, das ist brotlos. Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Dann haben wir gedacht, dann kombiniere ich es. Mache ich Doppelstudium. Also Politikwissenschaft kombiniert mit einem sogenannten Fächerbündel. Das war so eine Kombinationsform von verschiedenen Fächern. Und habe auch noch internationale Wirtschaftswissenschaften dazugenommen. Und das hat sich dann ein bisschen verdreht. Das wurde mein Hauptstudium. Das habe ich auch fertig gemacht. War in Innsbruck, Dublin. Und war dann für mein Doktoratsstudium Richtung Wien unterwegs. Und habe das Doktorat in Wien Klagenfurt gemacht. Im Bereich systemische Organisationsentwicklung. Also wieder die Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Welche Landebahnen für die Zukunft können wir bauen? Das interessiert mich. Hast du denn auch in der freien Wirtschaft gearbeitet mal? Weil in Deutschland gibt es mal viele Wähler, die dann sagen, der Politiker hat nie irgendwo mal gearbeitet und so weiter. Der weiß gar nicht, wie das Leben da draußen ist. Weißt du das? Oh ja, natürlich. Also ich hatte 1998 ein Angebot vom Vorarlberger Landeshauptmann, Ministerpräsident in Deutschland für ein Bundesland, dort einzurücken für die Medienarbeit. Und ich habe gesagt, na, ich will nie von der Politik materiell abhängig sein. Jetzt bin ich kein Rich Kid. Das war mir damit klar. Dann musst du dir aber auch eine eigene materielle Basis schaffen. Ich habe das vielfach gesehen. Jene Menschen, die von der Politik materiell abhängig sind, die haben kaum eine andere Chance, als in den Zynismus hineinzuwachsen, um das zu ertragen, was sie tun. Klar, wir tun müssen, nämlich die Pfote zu heben, wenn die Abstimmungen kommen, das Hirn auszuschalten, dafür das Handy einzuschalten, Befehl entgegenzunehmen für Abstimmungen. Wir hatten gerade so eine Abstimmung zum Thema Nichtraucherschutz. Das ist für mich absurd, dass in Österreich in der Gastronomie weiter geraucht wird. Da bin ich nicht zwänglerisch. Ich bin durchaus ein Gelegenheitsraucher, auch ab und zu mal eine. Aber ich glaube, dass wir die wissenschaftliche Evidenz ernst nehmen müssen, dass zwei bis drei Österreicherinnen und Österreicher pro Tag an den Folgen von Passivrauchen sterben. Und es gibt jetzt kein Passivsauchen, deswegen ist es ein Unterschied zum Alkohol und anderer Dinge. Das will ich ernst nehmen. Ich weiß, das hätten wir, das freie Mandat, und jeder würde seinem Wissen und Gewissen folgen, würden wir die Gastronomie, so wie fast überall in Europa, rauchfrei machen. Aber aufgrund welcher Erwägungen auch immer, durften manche nicht ihrem Gewissen und Wissen folgen. In diesen Zustand wollte ich nie kommen. Deswegen war ich dann Unternehmer auch, habe zwölf Jahre als Unternehmer gearbeitet. Aber nicht in der Tabakindustrie. Nee, nicht in der Tabakindustrie, sondern in der Change-Prozesse. Also auch hier die Frage Organisationsentwicklung, systemische Organisationsentwicklung. Wir haben von Kleinen einen Mann, eine Frau betrieben, über Tischlereien bis hin zu Weltkonzernen, viel für BMW auch gemacht, wir haben auch viel dann in München oder für Daimler auch zum Beispiel, Stuttgart. Also da haben wir einfach Veränderungsprozesse begleitet. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber der Hunger, Appetit auf Politik war immer groß. Den habe ich mir gestillt durch Politikberatung. Also ich habe sehr viel auch Bürgermeisterinnen, Minister begleitet. Ich habe für den Wirtschaftsbund viel Beratung gemacht. Das ist der Wirtschaftsflügel der Volkspartei. Ich habe so viel kennen und sehen gelernt. Und irgendwann, ich habe immer gewusst, ich werde in der Politik sein. Also das habe ich meiner Frau schon vor der Hochzeit gesagt. Sie hat das natürlich nicht ernst genommen, glaube ich, weil das war irgendwie nicht realistisch. Genau. Und ich habe immer gesagt, wenn die Zeit reif ist. Und da mussten einige Kriterien auch erfüllt sein. Und dann war es mir möglich, diesen Schritt zu machen Richtung einer Parteigründung. Welche Kriterien mussten dann erfüllt sein? Ja, vor allem drei. Also erstens, wir haben drei Kinder. Die sind immer geschlüpft im Frühsommer, im Abstand von zwei Jahren. Und ab dem zweiten Kind war ich natürlich bei den Nächten live dabei. Das reißt mich schon ordentlich her. Also Schlafentzug ist nicht gut für mich. Ich bin ein großartiger Schläfer im Sinne von, ich lege mich hin und schlafe in der Regel. Aber so aufgeweckt werden in der Nacht, das haut mich dann doch zusammen. Ich habe gesagt, das jüngste Kind muss durchschlafen. Kriterium eins. Zweitens, wir waren im Unternehmens damals dann 16, 17 Leute. Das ist ein kleines Unternehmen, aber doch so, dass du, wir waren zu zweit in der Geschäftsführung, als Chef, als Chefin dafür sorgen musst, dass Umsatz da ist. Und ich war der Meinung, die Firma, das Unternehmen muss eine faire Chance haben zum Überleben. Was nicht so trivial ist. Also wenn der Gründer geht, dasselbe beschäftigt mich jetzt in der Partei, in der Bewegung. Wann ist ein fairer Zeitpunkt, dass ein Gründer auch übergeben kann? Es gibt nie den idealen Zeitpunkt, glaube ich, aber es gibt einen fairen Zeitpunkt. Und es gibt einen, die Griechen haben gesagt, Kairos, den reifen Zeitpunkt. Den muss man spüren, im Herzen, im Bauch, auch im Verstand. Dritte Kondition, ich hatte viel Angst vor der Politik. Also ich habe scheiß Angst gehabt. Viele Verfolgungsdräume gehabt, über Jahre. Ich war in der Hochschülerschaft, der ÖH heißt das in Österreich, Hochschülerinnenschaft, also Studenten, Studierendenvertreter. Und als ich da ins Amt gekommen bin, gab es einen Anschlag an Hitler seinem Geburtstag, einen Brandanschlag mit Morddrohungen damals an den Hochschulpfarrer und an den Rektor und den ÖH-Vorsitzenden. Dann gab es eine Diebstahl-Serie und irgendwie war die Staatspolizei, die Kriminalpolizei eigentlich wöchentlich mehrfach da. Und das hat mich damals nachhaltig irgendwie gefesselt, glaube ich. Das muss ich überwinden. Aber das kann auch sein, dass da alte Überlagerungen da sind. Wir tragen ja alle ein Backerl, ein Paket und mein Ur-Ur-Großvater war auch ein Parteigründer. Das war der größte Heimatdichter in Vorarlberg. Ein Bauernbefreier, der hat die ersten Genossenschaften gegründet. War sehr inspiriert auch von Süddeutschland, von LaSalle und anderen. Und vielleicht ist da was gespeichert. Der war sehr im Clinch mit der Kirche und mit der weltlichen Politik. Also musste sein Dorf dann auch verlassen, phasenweise. Und war ein sehr früher Tod seiner Frau und von ihm. Ich weiß es nicht. Ich habe dann im Lesen seiner Biografien immer wieder auch Beklemmung bekommen. Und das ist dann für mich immer ein Hinweis, dort wo du irgendwo merkst, dort setzt die Angst ein, dort sollst du graben. Dort liegt ein Schatz für dein Leben. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen war mir klar, ja, ich will mich dieser Angst stillen. Ich habe das dann auch gemacht. Ich bin, ich war, die Geschichte ist in Österreich bekannt. Ich war zum Beispiel draußen, fünf Tage im Wald. So ein Vision Quest. Fastend. Das hat mich auf irgendeine Weise auch sehr geklärt. Also das ist schon ein sehr eindrückliches Erlebnis. Irgendwann war die Angstlust so gewuchtet, dass die Lust größer und schwerer war als die Angst. An dem Tag, an dem sie das verschoben hat, als drittes Kriterium, waren die wichtigsten Kriterien erfüllt. Dann bin ich der Lust gefolgt und dem Herzen. Und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir es an. Jetzt gründen wir eine Partei, eine Bewegung. Und das war schon heavy. Also die österreichische Volkspartei, der Generalsekretär, hat damals gesagt, meinen Mitstreitern, ach, den Strolz, den bringen wir um in drei Tagen. Und da soll man durchaus Respekt haben, wenn das der Generalsekretär einer Regierungspartei sagt. Aber sich davon auch nicht abbringen lassen. Also er meinte wohl hoffentlich nicht physisches Umbringen. Aber natürlich haben sie versucht, mich finanziell und materiell in den Bogen zu ringen. Sie haben gewusst, ich habe ein Unternehmen, wir haben Familie. Es sind dann so Sachen passiert wie meine Hausbank, die ich brauchte, um einen Kredit zuzuschießen der Firma, weil natürlich Aufträge ausgeblieben sind, plötzlich hat in Wien zugesagt, dass das geht. Sie hatten auch meine Hypotheken und alles. Und von der Zentrale in Eigentum eines Bundeslandes kam dann das Nein, ist nicht kreditwürdig. Mein Co-Gründer damals hat eine Steuerprüfung bekommen, von dem wollten sie über 150.000 Euro. Also viele solcher seltsame Dinge. Und ich habe dann Geld geliehen von meinem Trauzeugen. Der hat auch gefunden, das lassen wir uns nicht quallen. Der war zum Glück flüssig. Auch von meiner Schwester noch einen kleinen Betrag. Und das hat genau gereicht. Also zwei Tage nach der Wahl. Ich habe von keiner Bank was bekommen vor der Wahl, von keiner. Zwei Tage nach der Wahl war auch meine Bankomatkarte alle. Also bin ich wirklich da hin und das war aus, die Maus. Dann habe ich einen Anruf an der Bank gemacht und ich habe gesagt, Herr Strolz, natürlich können wir den Rahmen aufstocken. Also Schwein gehabt auch. Das hätte auch anders ausgehen können. Bei Nicht-Einzug ins Parlament hätte das System trotzdem eine gröbere Strafexpedition veranstaltet mit mir, glaube ich. Warum, du hast jetzt eine eigene Partei gegründet oder ihr habt zusammen was gegründet. Warum bist du nicht in die bereits bestehenden tollen Parteien Österreichs gegangen? Ich meine, es gibt die ÖVP, es gibt die SPÖ, es gibt die Grün, FPÖ. War da nicht das dabei, was du haben wolltest? Nein, war es nicht, ja. Also ich war zuletzt ein Stammwähler der ÖVP mit großen Schmerzen. Ich habe aber auch Grün gewählt schon, auch Liberal gewählt. Die Liberalen sind ja dann wieder verschwunden bei uns aus dem Parlament. Ich habe dann einige Erlebnisse gehabt, unter anderem in der Bildungspolitik, wo ich ehrenamtlich auch in Beratungsgremien war für die Volkspartei. Das war sowas von zynisch aus meiner Wahrnehmung. Da ist es nicht um die Kinder gegangen, nicht um die Talente, nicht um die jungen Menschen, sondern um machtpolitischen Einfluss. Also das Parteibuch ist das wichtigste Buch in der österreichischen Schule immer noch. Der Zugriff ist brutal. Also es sind die Landesschulbehörden parteipolitisch durchgefärbt in Österreich. Mit dem einen Zweck, damit die Parteien, vor allem ÖVP und in manchen Bundesländern die SPÖ, den Zugriff auf die Bestellung von 6.000 Schuldirektoren, Direktorinnen haben. Und damit haben sie den Zugriff auch parteipolitisch auf über 120.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das ist natürlich eine ganz wichtige Zielgruppe. Und die Frage, wer wird Schuldirektorin, Schuldirektor über Jahrzehnte, wurde nicht entlang der Frage beantwortet, was kannst du, was willst du, Klammer für die Kinder, Jugendlichen, sondern was ist dein Parteibuch? Und ist das eine von uns? Und solche Dinge, die drücke ich nicht durch. Das halte ich nicht aus. Ich habe das Gefühl gehabt, mit vielen anderen, es braucht eine neue, frische Kraft. Die FPÖ mit ihrer ausländerfeindlichen Haltung und europafeindlichen Haltung, die halte ich für eine Verirrung der Geschichte. Natürlich haben sie eine wichtige Brandmelderfunktion. Sie, im Ausländerintegrationsthema, waren sie durchaus fähig, Themen anzusprechen, die das alteingesessene System nicht bereit oder fähig war anzusprechen. Das will ich der FPÖ auch anrechnen, positiv. Das Problem ist nur mit der FPÖ, sie sind ein Brandmelder und machen dann gleich den Brandbeschleuniger. Also sie haben keine Ambition, den Brand zu löschen, Probleme zu lösen, sondern ihr Geschäftsmodell ist das Geschäft mit der Angst. Deswegen müssen sie Angst immer hochhalten. Es muss immer brennen. Es muss immer brennen, immer brennen, lichterloh. Und das ist ein Problem für ein Land. Du willst Feuerwehrmann sein? Wir sind Grisou, der kleine Drache war meiner Kindheit ein Lieblingsfibli. Natürlich soll man Feuer löschen, wenn man irgendwo Feuer sieht. Es sei denn, es ist Content im Ofen oder Herd. Dort werden wir Feuer brauchen. Aber diese Art von Populismus, wie er in Österreich um sich gegriffen hat, wie er jetzt auch diese ehemals staatstragende Volkspartei vereinnahmt hat, dieses völlige Ausnahmetalent Sebastian Kurz, der seine christlich-soziale Aufgabe völlig ignoriert. In der Bibel steht geschrieben, jede Gabe ist eine Aufgabe. Dass der Karl Gaben hat, ist der außer Streit. Ob er damit sinnvolle Aufgaben verbindet, das werden die Geschichtsbücher noch zu beurteilen haben. Also ich habe da meine Zweifel. So, erklär uns mal, wie es zu eurer Partei gekommen ist. Ist das auch eine Partei, so wie alle anderen hier? Wir sind eine Bürger-Bürgerinnen-Bewegung. Das ist von unten gebildet. Wir sind eine liberale Bürgerbewegung, wobei das Wort liberal haben wir uns verboten im ersten Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Ismus des 20. Jahrhunderts, keinen Sozialismus, Konservativismus, Liberalismus, whatsoever, Nationalismus. Mit Ismen und dogmatischen Ideologien wurde im 20. Jahrhundert auf diesem Planeten über 100 Millionen Menschen vergewaltigt, geschlagen, ermordet. Ich hatte nicht das Gefühl, wir brauchen die Wiederaufladung eines Dogmatismus als Beitrag zur Besserung im Jahr 2012. Und zwölf, elf, als wir gestartet sind. Also wir haben gesagt, wir wollen aber auch nicht jetzt willkürlich irgendwie einfach kandidieren, wie es manche gemacht haben. Zum Beispiel der Milliardär Frank Stronach ist zeitgleich mit uns gestartet, der austro-kanadische Milliardär. Ich war natürlich bei ihm auf Besuch, habe gesagt, Sie haben was, was wir nicht haben. Wir haben was, was Sie nicht haben. Er hatte Geld offensichtlich, Lebenserfahrung. Wir hatten ambitionierte junge Menschen, die im ersten Jahr in 13 Klausuren, wir haben uns 13 Mal eingesperrt, am Anfang zwei Tage mit 40 Leuten, am Schluss im ersten Jahr mit 250 Leuten, dann sind wir in die offizielle Gründung gegangen. In den ersten vier Jahren haben wir 1,8 Millionen ehrenamtliche Stunden investiert in unsere Programmentwicklung, Content-Entwicklung. Das haben wir als erstes ausverhandelt, das ist wertebasiertes Organisation Building, also Value-Driven Organisation Building. Das ist auch meine Haltung von meinem Beruf gewesen. Was sind unsere handlungsleitenden Werte? Weil du musst ja irgendwo einen Anker haben, auf den du dich beziehst, wenn du gemeinsam um Positionen ringst, in der Bildung, in der Wirtschaft, in der Integrationspolitik, in der Sozialpolitik. Wir haben damals gesagt, Eigenverantwortung. Österreich ist ein sehr oberigkeitshöriges Land. Wir waren halt auch viele Jahrhunderte ein Kaiserreich, wo der Kaiser das schon erledigt hat für seine Untertanen. Der Westen ist ein bisschen anders geschnitzt noch. Die Tiroler haben eine Tradition der freien Bauern. Auch die Vorarlberger haben da eine leicht andere Geschichte. Die wollten ja auch Beginn der 20er Jahre, im 20. Jahrhundert, da haben sie eine Abstimmung gehabt, sie wollten zur Schweiz. Die war auch mehrheitlich dafür. Aber die Schweizer wollten uns nicht. Also wir gelten als Kanton übrig. Aber wir sind mittlerweile astreine und, glaube ich, sehr glückliche Österreicher und Österreicherinnen, die Vorarlberger. Aber wir haben gesagt, wir wollen die Werte aus der Streitstelle, Eigenverantwortung, ein Drum höher hängen. Also die Haltung, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Die Eigenverantwortung als die siamesische Schwester der Freiheit. Später haben wir dann das Paar umgedreht und die Freiheit in den Vordergrund gestellt, weil das kommunikativ auch leichter ankommt. Eigenverantwortung klingt ein bisschen nach katholischer Selbstgeißelung und es muss ein bisschen wehtun. Allein gelassen. Ja. Und deswegen ist eine unserer Losungen jetzt Freiheit in Verbundenheit. Also natürlich ist, so wie die Selbstliebe, also dass ich mich selbst annehme, die Voraussetzung ist für Beziehungsfähigkeit, ist die Fähigkeit zur Selbstsorge auch die Grundlage fürs Gemeinwesen, für mein Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Also ich schreibe gerade ein Buch oder zwei Bücher, Erzählungen und da habe ich auch das Thema Freiheit drin, Freiheit und Angst. Und die Römer hatten zum Beispiel Techniken der Freiheit und die sagen, die Sorge um sich selbst ist eine Technik der Freiheit. Klingt ein bisschen widersprüchlich im ersten Hinschauen, aber was meinen sie? Sie sagen, du musst für dich selbst Sorge tragen können. Das ist die Voraussetzung, dass du für dein Umfeld auch Sorge und Verantwortung tragen kannst. Und insofern ist das deine erste Pflicht als Mensch. Freiheit in Verbundenheit gefällt mir sehr gut. Das ist eine Losung auch der D66 in den Niederlanden, eine unserer Schwesterparteien. Wir haben uns dann später, also dann kam noch die Nachhaltigkeit dazu als ein Kernwort. und zwei Haltungswerte, sehr unüblich für Parteien, für politische Bewegungen, das ist die Wertschätzung, also das Versprechen, wir werden im Positiven bleiben und die Authentizität. Also wir wollen ehrlich sein, nicht lügen, gar nicht einfach in der Politik. Und auf diesen Werten aufbauend, also wann immer wir ein neues Thema haben, rufen wir als inhaltliche Stifter unsere Kernwerte zu Hilfe und sagen, Herr mit der Bildung, was sagt die Freiheit, was sagt die Nachhaltigkeit, was sagt die Eigenverantwortung. Die Freiheit sagt zum Beispiel, also Direktorenbestellung über Parteibuch geht gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Die Nachhaltigkeit sagt, wir müssen uns mehr kümmern um Brennpunktschulen, um Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern. Also in Österreich haben wir den statistischen Befund seit Jahren und Jahrzehnten, dass Ausländerkinder dümmer sind als Inländerkinder, weil die völlig überrepräsentiert sind in Sonderschulen. Entweder ist es nie jemandem aufgefallen oder tatsächlich Österreich folgt der Überzeugung, die sind dümmer, so Dürkenkinder zweiter Generation. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Gauss-Schel-Verteilungskurve für Talente keine Nationalität kennt, sondern nur Menschen. Aber die wurden strukturiert und sehr verlässlich in Sonderschulen gedrängt. Halte ich für eine fürchterliche Tragödie. Also selber drei Kinder. Die Idee, dass meine Kinder ihre Talente nicht entfalten können, das ist eine fürchterlich traurige Idee. Also dass jemand, auch als Erwachsener, wenn du dann zurückblickst und sagst, wahrscheinlich hat er was in mir geschlummert, reif für die Entfaltung und es kam nie dazu. Und deswegen haben wir dieses Flügelheben als ein geflügeltes Wort für unsere Politik auch geboren. Wir glauben an die Selbstermächtigung des Menschen. Das verbindet mit Christian Lindner. Ich wollte fragen, ist das auch eine Schwesterpartei? Also wir haben viel voneinander gelernt. Zum Beispiel der Satz wir denken groß vor Menschen, der kommt von Christian Lindner. Er ist ja ein großartiger Redner, sehr bright mind. Wir wollten mit der FDP eigentlich in unseren Anfängen gar nichts zu tun haben. Das war uns auch viel zu verzopft und was weiß ich was alles. Und wir hatten ja damals eine Wahlplattform mit dem liberalen Forum. Die waren schon damals circa 20 Jahre alt, waren aber nicht mehr im Parlament und die sind in die Wahlplattform 2013 hereingekommen. Und wir haben dann später gesagt, nach der Wahl, nach diesem Überraschungserfolg, haben die alle gesagt, das geht nicht, da hast du keine Chance. Es gibt über tausend Parteigründungen in Österreich seit 1975. Wer ist denn im Parlament, außer den Grünen, die jetzt auch noch rausgeflogen sind? Niemand. Und wir haben gesagt, wir schaffen das. Und haben natürlich viel international studiert. Aber in der Anfangsphase waren eher inspirierend für uns zum Beispiel die Best Party in Island. Diese leicht verrückten, der Komiker, der damals Bürgermeister dann von Reykjavik geworden ist. Ihr habt die auch besucht, die Jungs, Mädels, eher Jungs. Das war schon sehr inspirierend. Auch die Piraten waren inspirierend. Und dann sind wir aber durch die Hochzeit mit dem liberalen Forum, wir haben fusioniert, sie haben sich formal aufgelöst, wir haben gemeinsam eine Partei dann weiter vorangetrieben, waren wir plötzlich auch Mitglied der europäischen liberalen Parteienfamilie. Und unsere Kernwerte waren ja astrein liberal, also Freiheit, Nachhaltigkeit, Eigenverantwortung. Und deswegen, wir sind eine liberale Bewegung, wir sind heute sehr stolz drauf, eine liberale Bewegung und Partei zu sein. Wir sind aber nicht eine ideologisch-liberale Sendung, sondern basiert auf liberalen Kernwerten. Das ist ein bisschen sehr komplex, glaube ich, für Nicht-Freaks, aber es ist wichtig, um näher zu verstehen. Und dann haben wir natürlich auch uns mit unseren Familienmitgliedern beschäftigt, mit der Ciudadanos in Spanien, die hat sich um die selbe Zeit auf nationaler Ebene gegründet, kamen aus Katalonien, sind mittlerweile die stärkste Bewegung in Umfragen in Spanien. Finde ich großartig. Die haben natürlich ein schwer korribtes System von Konservativen und auch die Sozialdemokraten sind dort ziemlich im Eck. Da kannst du einiges lernen von denen. Ja, absolut. Und dann haben wir uns stückweise auch der FDP angenähert und das war ein sehr befruchtender Tanz miteinander. Also der Christian Lindner hat auch sehr viel, glaube ich, mitgenommen von NEOS. Das hat er auch gesagt. Also unlängst Anfang Dezember in Amsterdam zum Beispiel hat er gesagt, also die Inspiration von NEOS und von D66 war für die Neuerfindung der FDP, der Freien Demokraten sehr wichtig. Und umgekehrt kann ich ihm zurückgeben, dass die Freien Demokraten natürlich als gestandene Partei mit jahrzehntelanger Erfahrung für uns auch sehr viel an Erfahrung mit auf den Weg geben konnten. Und ja, so gehören wir irgendwie zusammen. Wenn man mit Christian Lindner spricht, der tut alles dagegen, dass man ihn neoliberal nennen kann. Ihr habt jetzt neoliberal quasi schon im Namen. In Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich. Naja, das muss man aber auch verstehen. Natürlich ist der Name dann ein Stück weit von der Kombination her verhängnisvoll gewesen. Aber als wir NEOS den Namen ausgewählt haben, das ist ja ein Akronym, eine Abkürzung für das neue Österreich. Und es muss eine Abkürzung sein, maximal fünf Buchstaben, das ist die Gesetzesvorgabe. Und dann, ja, und dann hatten wir für den Wahlzettel die Abkürzung. Und dann hatten wir leichte Paranoia. Wir haben einen Wahlvorbereitungsverein, einen Parteivorbereitungsverein gegründet. Und da wurde uns der Name zweimal vom Innenministerium zurückgeschmissen. Mit dem Hinweis, diesen Namen gibt es schon. Jetzt hatten wir leichte Paranoia, dass wir eine, also wir haben ein Dreivierteljahr vorbereitet, dass wir dann mit dem großen Paukenschlag eine Partei präsentieren, deren Namen in der Folgewoche verboten wird. Weil mit dem Hinweis gibt es schon und so weiter. Im Nachhinein muss ich sagen, die Paranoia war falsch, weil ich glaube nicht, dass sie uns den Namen verboten hätten. Ich glaube, es gibt wirklich viele Vereine, die so ähnlich hießen wie unser Parteivorbereitungsverein damals. Aber wir haben uns damals entschlossen, und deswegen war ich nicht der erste Vorsitzende von NEOS eigentlich, ist nicht bekannt in Österreich die Geschichte, glaube ich. Ich habe es einmal in einem Buch geschrieben. Eigentlich hat ein ehrenamtlicher Mitarbeiter damals als Strohmann von einer Reise in Deutschland aus sogar gegründet und eingereicht im Innenministerium, damit es ein unverdächtiger Name ist, weil ich natürlich schon unter Beobachtung war. Dass die sagen, ja, wieder eine Partei seit 1975, die grünen Verrückte hätten die gesagt und winken das durch. Wir wollten sicher gehen, dass unser Name nicht verboten wird in der Woche nach unserer Präsentation, weil sonst sagen die Leute, das ist eine Lachnummer. So, dann haben wir gerätselt. Das neue Österreich war gesetzt als Name. Wie kann die Abkürzung lauten? Der Name Neos kam dann von der damaligen Lebensgefährtin eines Gründungsmitglieds auf der Fahrt nach Italien im Auto und wir haben damals Neos genommen. Wir haben ja das Thema Liberal als Etikett damals ausgeschlossen. Kam für uns nicht in Frage. Wir waren eine wertebasierte Bürgerbewegung. Die Hochzeit mit dem Liberalen kam später und ja, mit dem Vorwurf leben wir, wobei ich den Christian Lindner cool finde, wie er damit umgeht. Er sagt, ja, ich bin neoliberal. Wie sagt er eben nicht? Ja, er hat in Wien, ich habe im Stadtkino mit ihm eine Veranstaltung gehabt. Da hat er das schon so gerahmt. Sehr cool, sehr selbstbewusst, wie er ist. Ich habe gerade ein Interview letzte Woche gehabt oder das war eine Aufzeichnung meines Vlogs, glaube ich. Oh ja, ich mache so einen Donnerstags Vlog, einen Videoblog und ein Thema ist demnächst, wir haben es schon aufgezeichnet, bin ich neoliberal? Ich sage ja und nein. Ja im Sinne von neoliberal, im Sinne der Worterfindung und Prägung damals. Die Neoliberalen waren jene, die in den 40er, 50er Jahren, vor allem auch in Deutschland kommend unter Erhard, die soziale Marktwirtschaft etabliert haben. Das waren die Ordoliberalen. Das waren die Ordoliberalen und die Ordoliberalen waren damals, wurde das subsummiert unter Neoliberalen von der ideengeschichtlichen Einordnung her. Heutzutage ist es natürlich ein Schimpfwort für irgendwelche schmerzbefreiten, zynischen, marktanbetenden Kapitalisten. Das bin ich in keinster Weise. In Österreich werde ich oft damit gehänselt, dass ich ein Bäume umarmer bin, ein Bäume umarmer, weil ich auch ein spirituelles Eck habe und weil mir Natur wichtig ist. Nein, Nachhaltigkeit ist einer unserer Kernwerte. Wir sind zum Beispiel für eine Finanztransaktionssteuer, dass wir das weltweit einführen. Wir sind für eine CO2-Steuer, nicht um die Steuerlast zu erhöhen, sondern um Lenkungswirkungen zu bekommen. Wir würden andere Steuern damit rausschmeißen. Also wir sind der Meinung, es braucht einen entschlossenen Staat als gegenüber des Marktes. Wir sind für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ganz klar. Also das richtet nicht der Markt. Die Information, die eine wehrhafte Demokratie braucht, wird nicht allein durch einen Markt zur Verfügung gestellt. Also da gibt es viele Punkte, mit denen wir belegen können in der Substanz, dass wir vom Schimpfwort neoliberal weit weg sind. Wir sind für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Aber natürlich, Österreich wurde über viele Jahrzehnte sozialistisch und sozialdemokratisch regiert, ist ein Tick linker als Deutschland auch, würde ich sagen. Und da kommst du relativ schnell in Verruf. Wobei, zur völligen Verwirrung, die FPÖ, ich habe da am Sonntag diskutiert im ORF, gemeinsam mit drei Deutschen im Übrigen, weil die Hälfte waren Deutsche, und der Klubobmann, also Fraktionsführer der FPÖ im Parlament, der Herr Godenus, meinte, die Neos sind ja auch Linke. Also, take what you want, wir sind die Neos, wir sind eine liberale Bürgerbewegung, wir sind Mitte, Mitte, die erste Zentrumsbewegung Österreichs, und das ist was Neues. Ihr würdet nicht pauschal sagen, immer der Markt kann alles regeln, Wettbewerb ist immer gut? Nein, das kann man so nicht sagen, weil es gibt zum Beispiel Marktversagen bei Monopolbildungen, zum Beispiel ist die Elektrizitätsversorgung in Österreich immer noch zu stark dominiert von lokalen Fürstentümern, von lokalen Versorgern, die dann meistens auch parteipolitisch durchfärbt sind, meistens also immer die Farbe des Landeshauptmanns, Landeshauptfrau und die sogenannte Monopolrendite, also der Preis, der damit höher ist, als wäre es unter Wettbewerbsbedingungen, den zahlen wir als Verbraucher. Das ist ein Beispiel für Marktversagen. Da sind wir dann für den Markt, wo der Staat helfen muss, weil der Markt sich Richtung Monopol entwickelt hat und der Markt muss das korrigieren. passiert nicht ausreichend in Österreich. Was gibt es noch? Es gibt sogenannte, ich habe natürlich auch ein bisschen Volkswirtschaft studiert als internationaler Wirtschaftswissenschaftler, sogenannte Externalitäten, externale Effekte, die abzubilden sind. Also zum Beispiel muss der Staat dafür sorgen, dass wenn ein Unternehmen die Umwelt verschmutzt, dass das auch bepreist wird, weil der Markt sorgt nicht dafür. Nicht verboten. Es ist nicht verboten, aber eine CO2-Steuer wäre zum Beispiel eine Lenkungssteuer, die aus unserem sozial-ökologischen Grundverständnis entsteht und der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Dann gibt es sogenannte öffentliche Güter, die organisiert auch nicht der Markt, sondern der Staat, das ist die Gesundheit, das ist die Bildung, das ist Sicherheit in vielen Bereichen. Also wir haben hier einen sehr differenzierten Blick, glaube ich. Wir sind der Meinung den einzigen Richtigen, wir sind aber natürlich aufrechte Demokraten und glauben, das behaupten die anderen von ihrer Haltung auch. Aber wir lassen uns ungern beschimpfen, findet schon öfter statt. Ich glaube, die, die uns beschimpfen, die suchen nach einer gewissen Selbsterhöhung durch Fremdabwertung und dann, das ist halt ein haffiges Spiel in der Politik. Aber seid ihr denn trotzdem für irgendwelche Privatisierungen in einigen Bereichen? Natürlich ist immer wieder die Frage zu stellen, soll der Staat diese Aufgabe übernehmen oder die öffentliche Hand? Im Kontext zum Beispiel der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind wir der Meinung, der Staat sollte eine Sperrminorität, eine strategische behalten, 25 Prozent plus eine Aktie, damit hier die Hand auch drauf bleibt. Aber wir könnten hier abschichten. Wir haben vorgeschlagen, dass wir damit auch einen umfassenden Pflegefonds organisieren und finanzieren könnten, weil die Pflege ist ein Riesenthema in Österreich, auch in Deutschland. Wir sind jetzt knapp eine Million Menschen in Österreich. Allein 450.000 Menschen in Österreich beziehen sogenanntes Pflegegeld. Das wurde über Jahre nicht erhöht, valorisiert, also Inflationsangepasst. Hinzu kommt die Unterfinanzierung auch in der mobilen Pflege, die Unterstützung für jene, die zu Hause pflegen. Da müssten viel mehr Lösungen kommen. Wir haben über 100.000 Demenzkranke in Österreich. Das ist eine Riesenherausforderung für die Angehörigen, für die Betroffenen natürlich ohnehin. Da kommen zu wenig Antworten von der Politik. Da ist das Geld nicht da. Wir würden sagen, Abschichten bei den Energieversorgern raus mit dem politischen Einfluss dort mehr Wettbewerb. Das senkt die Energiepreise, weil es die Monopolrenditen zerschießt. Und gleichzeitig hätten wir eine Lösung für das Pflegethema. Das sind solche Ansätze, weil wir glauben, das ist nicht böse. Das ist anders, als andere Parteien und das alte System bisher denkt. Aber lasst uns diskutieren. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei. 2013 bist du in den ersten Nationalrat, was hier das Parlament ist, eingezogen. Warst du naiv? Warst du jung und naiv und hast dir gedacht, so läuft das hier wahrscheinlich und hast du jetzt in den letzten Jahren was gelernt? Wo hast du dich geirrt die letzten Jahre? Ich habe unendlich viel gelernt und von einer Grundhaltung bin ich ein Lernender. Ich nehme an, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe und die größte Lernerfahrung wird nämlich an das Sterben selbst sein für jeden Lebenden. Also ich war jetzt kein Newbie und kein völliges Screenhorn, weil ich ja bis auf Ministerebene viel beraten habe in der Politik, weil ich in der Studierendenpolitik war und 20 Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Also ich habe schon sehr klare Vorstellungen gehabt, wie das läuft. Ich habe dann auch ein Buch geschrieben, um quasi meine Angstlust zu kultivieren und die Lust nach oben zu bringen oder in dem Fall nach unten, weil ich ein Gewicht und ein Gravitas gewinnen musste und die Angst ein Stück weit zu erleichtern. Das hat sich genannt, also ich wollte das Buch nennen Ich liebe Politik. So fängt das Buch auch an. Das ist der erste Satz und der letzte Satz. Ich liebe Politik. Der Verlag hat aber gesagt, es kauft keine Sau. Also dieser Titel ist völlig ungeeignet und das braucht irgendwie was Negatives oder Problematisierendes. Und wir haben dann den Titel gewählt, warum wir Politikern nicht trauen und was sie tun müssen, damit sich das ändert. Das ist aber ein ganz anderer Schlag jetzt. Das ist ein ganz anderer Schlag, der Inhalt war dasselbe. Mit dem Buch bin ich auch auf Tour durch Österreich gegangen. Das war übrigens lustig, weil den Abschluss habe ich in Wien gemacht in einem Streitgespräch mit einem Staatssekretär, Ostermeyer damals im Standard, in einer Zeitung, kann ich mich erinnern, im Museum für Moderne Kunst. Und der Journalist hat am Schluss gefragt, unser Strolz, würde ich selbst in die Politik gehen? Und der Staatssekretär hat gesagt, das war 2011, nein, der ist ja Berater, der verdient ja sein Geld mit gescheiten Ratschlägen, das mit der Politik würde er sich nicht antun. Und ich habe dann gesagt, oh ja, ich werde in der Politik sein, wenn die Zeit reif ist. Und am Tag danach hat mich der Veit Dengler angerufen, mit dem ich immer wieder in Diskussionsrunden war, der war damals bei Dell, General Manager in Bratislava, später dann CEO der Zürcher Zeitung in Zürich, und der hat gesagt, die Zeit ist reif. Und ich habe auch gesagt, ja, ja, und dann haben er gesagt, du, treffen wir uns auf einen Kaffee. Er hatte seine Kinder in einer Schule im selben Bezirk, wo wir wohnen, und dann haben wir einen Kaffee getrunken, und haben gesagt, wir gehen es jetzt an. Weißt du was, wir gehen auf Klausur, auf Seminar, auf Workshop mit 15 Leuten, Anfang 2012, also in circa sechs bis acht Wochen, du trommelst Leute zusammen, ich, und dann haben wir zusammen getrommelt, und dann waren es nicht 15, sondern 40. So hat es begonnen. Das war aber nicht deine Frage. Was war deine Frage, Entschuldigung? Was du, seitdem du in der Politik bist, gelernt hast. Also ich war kein Jubel, das wollte ich sagen. Ich habe Vorstellungen gehabt, und dennoch natürlich die Seiten zu wechseln vom Berater hin zum Politiker, ja, das ist etwas völlig anderes. Ich habe auch viel auf Bühnen gearbeitet, habe viel moderiert, war jahrelang Kommunikationstrainer und dennoch natürlich hier in Live-Sendungen zu stehen. Also die ganze Wucht, die emotionale Wucht eines Amtes, eines Spitzenpolitikers, das kannst du nicht antizipieren. Das kannst du nicht vorwegnehmen. Das ist eine Erfahrung, die kannst du nur machen. Ich habe immer großen Respekt gehabt vor, also ich finde, dass Politik insgesamt, aber insbesondere Oppositionspolitik ein Stück wird auch eine kleine Dosis tägliche Selbstvergiftung ist. und für mich ist ganz wichtig im Auge zu halten, wann wäre die Dosis so hoch, dass sie irreparabel ist. Und in diesen Wochen und Monaten schaue ich das sehr ganz genau drauf, weil ich merke, dass ich nicht immun bin gegen Zynismus. Der Zynismus ist einer der größten Seuchen in der Politik. Das ist eine Bewältigungsstrategie für die schiere alltägliche Reizüberflutung, die jeden von uns erreicht, aber Politiker insbesondere, dass an jedem Eck und End deiner Persönlichkeit, deines Daseins an dir gezerrt wird. Und da musst du extrem gut drauf schauen, sonst hat die Politik natürlich extrem deformierende Kraft. Das ist wie eine Waschstraße, du gefährst da rein und kommst anders raus dahinter, möglicherweise nicht gewaschen, sondern zerzaust. Es ist die Politik auch eine Droge, wie jeder Bühnenberuf. Es ist, der Bühnenberuf hat den besonderen Kick, dass er, wenn es klappt, das klappt ja nicht bei allen, für Anerkennung sorgt. Anerkennung ist eine Form von Liebe, aber allerdings keine Primärliebe, sondern Sekundärliebe, also das gekaufte Liebe. Und das ist natürlich ein Hund, weil bei gekaufter Liebe schlitterst du in die Abhängigkeit, da musst du die Dosis erhöhen. Ja, ist so. Auch vor dem musst du dich schützen ein Stück weit, weil sonst verwechselst du irgendwann die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird, verwechselst du Rolle mit deiner Person. Die Aufmerksamkeit bekomme ich ja, weil ich hier eine Rolle erfülle und eine Funktion in der Gesellschaft wahrnehme. Wenn die dann weg ist, dann ist auch viel der Anerkennung weg. Und dann stürzen manche Ex-Politiker in ein ganz tiefes Loch. Und das will ich eigentlich nicht. Ich bin mir bewusst, dass es eine Art von Detox-Phase braucht, wenn ich aus der Politik rausgehe und der Tag wird kommen. Möglicherweise komme ich auch wieder. Also es ist ja nicht so, ich bin 45, sind die Tage noch nicht gezählt. Aber ich will jetzt nicht bis 65 in der Politik bleiben. Das wäre grundfalsch. Und meine Aufgabe ist hier jene, eine Bewegung mit aufzubauen, eine Bürgerbewegung, die auch ins Parlament zu führen, ins Europäische Parlament, in die Landtage, in die Landesparlamente, auf Gemeindeebene, in die Gemeindevertretungen. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo es wichtig ist, auch zu übergeben, weil neue Besenkehrendgut, auch neue Dynamik durch neue Personen möglich ist. Und dieses Thema habe ich sehr aufmerksam im Fokus derzeit. Anerkennung ist das eine, es gibt wahrscheinlich auch viele, die euch ablehnen, die dich überhaupt nicht mögen, die dich vielleicht sogar hassen. Wer hasst dich in Österreich? Also politisch? Ja, natürlich, du kriegst täglich die Hater und die Hasspostings. Aus welcher Ecke kommen die? Ich glaube, dass ich manchen zu energetisch bin, das sind ja nicht jene, die mich hassen, die halten mich nur nicht aus, die sagen dir erst mal zu, du Rassellhase. Dazu muss man sagen, ich bin wesentlich ruhiger geworden, das fällt dir natürlich nicht auf, weil du mich nicht kennst von früher. Aber das habe ich zum Beispiel gelernt, ein bisschen Geduld zu üben und so weiter. Ich glaube, dass wir natürlich jetzt in der Rolle auch der sehr prononcierten Opposition neue hasserfüllte Verfolger gewonnen haben im Bereich mancher FPÖ-Wähler. Das war früher anders, weil wir ja früher gemeinsam in der Opposition waren bis Ende 2017. Da hast du ein Schicksal und eine Rolle geteilt. Jetzt ist die FPÖ plötzlich in der Regierung und wir kritisieren die FPÖ für vieles oft sehr hart und ich glaube, das ist auch notwendig. Und da kann es schon sein, dass das ganze Horden einfallen auf deiner Facebook-Seite. Da kommen dann die abstrussten Dinge. du Nazi-verseuchte Schwuchtelsau. Habe ich letztendlich in einem Mail bekommen zum Beispiel. Oder solche Dinge. Das sind halt die abstrusesten Dinge. Ich habe sehr leidenschaftliche Reden für den Nichtraucherschutz gehalten. Da kamen diese Videos haben, zwei dieser Reden haben noch, wenn man es sammelt, auf den verschiedenen Kanälen jeweils über eine Million Zugriffe gedreht, was viel ist für Österreich natürlich. Da kommt sehr viel Anerkennung, sehr viel Zuspruch, also vom Gehsteig bis, wenn ich irgendwo auf Veranstaltungen bin. Aber natürlich kommt dann auch sehr viel Rückmeldung. Der ist der Letzte und in dem Fall auch wieder eher FPÖ-Wähler, weil die FPÖ ja jene war, die den Nichtraucherschutz hier für die Gastronomie nicht wollte. Ja. Es gibt überall gute Leute in allen Parteien. Selbst in der FPÖ, ja, glaube ich schon, dass es durchaus dort auch, aber die Haltung und die Inhalte, die verurteile ich aufs strengste in vielen Bereichen. Wessen Interessen vertritt NEOS? Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Naja, aber so ist es halt. Entlang ... Aber die EVP gilt als Bauernpartei, SPÖ als Arbeiterpartei. Und genau diese Klientel, die wollen wir nicht. Also wir sind schon Anwalt für einen Unternehmergeist in Österreich, aber Unternehmergeist hat, hallo, nicht nur der selbstständige Freiberufler, die Unternehmerin, sondern jede Mutter, jeder Vater, der im Elternverein aktiv ist, hat Unternehmergeist. Jeder, der seinen Garten jetzt gerade frühlingsfit macht, hat Unternehmergeist. Also das sind die Erhaltungen, für die wir Lobby sind. Der aufrechte Gang, das Leben selbst in die Hand nehmen. Aber auch Solidarität mit jenen, die aufgrund von Unfall, Altersgebrechlichkeit, Krankheit, das Leben halt nicht selbst in die Hand nehmen können. Freiheit in Verbundenheit. Wir sind der Freiheitsliebe verpflichtet. Wir sind Lobbyisten der Freiheitsliebe, der Nachhaltigkeit. Deswegen wollen wir eine Pensionsreform, weil das Pensionssystem nicht so aufgestellt ist, dass es für unsere Kinder hält. Ich halte das für verantwortungslos. Ich halte es für verantwortungslos, dass wir seit über sechs Jahrzehnten jedes Jahr neue Schulden machen in Österreich. Deutschland hat jetzt Überschüsse. Österreich hat über 60 Jahre jedes Jahr, verdammt nochmal, auch in den fetten Jahren neue Schulden aufgebaut. Das ist nicht fair. Irgendjemand wird das zahlen müssen. Und in den fetten Jahren müssen wir halt was auf die Seite legen und in den nicht so guten Jahren musst du investieren. Das ist eigentlich Keynes. Das sollte eigentlich jeder Sozialdemokrat sagen. Das ist super liberal. Das ist Keynes. Das machen wir ja selbst in Deutschland nicht. Wir haben seit vielen Jahren fette Jahre und bei uns wird wie ein Mantra an der schwarzen Null festgehalten, damit wir gar keine neuen Schulden machen. Aber das führt auch dazu, dass wir nicht investieren, dass unsere Infrastruktur zerbricht. Willst du sowas hier? Sowas will ich nicht, sondern Infrastruktur ist ja auch oft nachhaltig. Also ich wundere mich ab und so, wenn ich über das deutsche Eck fahre zum Beispiel, in welchem Zustand deutsche Autobahnen sind. Das ist abstrus. Also eines der reichsten Länder dieser Welt. Das ist der Preis unter schwarzen Null? Nein, das ist der Preis für falsche Prioritäten meines Erachtens. Also ich glaube, ich habe Respekt davor, dass Deutschland in guten Zeiten jetzt Überschüsse gemacht hat. Das soll aber nicht zwänglerisch werden. Und die Frage, muss der Überschuss auch so hoch sein wie jetzt im letzten Jahr? Nein, muss er nicht. Dafür sollte man investieren. Das glaube ich schon, dass Deutschland investieren sollte, auch in die Binnennachfrage. Deutschland ist im Export natürlich extrem stark. Manche sagen, wir leiden darunter. Das sehe ich ein bisschen differenzierter. Also das ist ein bisschen eine Opferhaltung von jenen, die sagen, die Deutschen sind uns zu exportstark. Aber ich glaube schon, dass Deutschland im eigenen Land mehr investieren sollte. In der Bildung, in der Innovation, in der Forschung, im Bereich Digitalisierung und im Bereich Infrastruktur. Ich finde, hier hat Merkel was übersehen und ich finde, dass Merkel jeder Verdienste hat, aber den Zeitpunkt auch übersehen hat, an dem sie eigentlich die Stafette weiterreichen sollte. Es ist eigentlich eine Altmännerkrankheit, von der Merkel hier infiziert ist. Wer sind die Gewinner in Österreich? Wer sind die Verlierer? Wann? Die Skifahrer in der Regel sind die Gewinner. Wann? Wann? Jetzt? In der Gesellschaft? Das weiß ich nicht. Das wandelt sich ja über die Zeit auch. Also wenn ich vor über einer halben Stunde die Vorarlberger Textilindustrie beschrieben habe, dann waren die über Jahrzehnte Gewinner und hat für großen Wohlstand gesorgt und die Familien, die das geleitet haben, waren Industrieadel und dann irgendwann waren es plötzlich die Verlierer. Manche konnten sich ihre Schäfchen noch retten, ins Trocknen oder andere sind mituntergegangen und also das Leben wandelt sich ja laufend und es wird keiner als jener geboren, der von Geburt bis Lebensende ein Verlierer ist oder ein Gewinner, sondern die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Biografie gehabt zu haben. Ich habe jetzt am Sonntag einen getroffen, der ist auf die Welt gekommen ohne Beine und ohne Hände. Ich war mit dem auch schon in einer Talkshow. Ich meine, das ist für mich immer wieder berührend, welchen kraftvollen Persönlichkeitsausdruck der hat, wie der sein eigenes Leben in die Hand nimmt, obwohl er keine Hände hat. Das ist das Unglaubliche, jetzt haben wir vier Kinder und das ist sensationell. Keiner soll glauben, dass er bis ans Ende lebenslänglich Opfer ist, wenn er heute glaubt, dass er eines ist. Sondern es gibt natürlich die einfacheren und die weniger einfachen Startbedingungen, das ist schon klar. Es gibt viel Leid, es gibt Gebrechlichkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, dafür brauchen wir starke Sozialsysteme, die müssen nachhaltig organisiert sein, nicht auf Schulden gebaut sein, dafür ist Neos. Und im Übrigen soll jeder noch frei im Gutdünken auch sein Leben gestalten. Wenn er hier den anderen erzerkiert damit, also seine Freiheit beeinträchtigt, dann soll er mit Kopfstand durch die Stadt marschieren. So what? Es ist ein freies Land, freier Bürger. Man muss sich immer fragen, was denken die Nachbarn und so weiter. Sondern ich soll mit dem Nachbarn zusammenarbeiten dort, wo wir gemeinsam mehr erreichen können und ansonsten das Leben und das Glück nach meiner eigenen Fasson leben. Hast du eigentlich nebenbei noch, also hast du noch einen Nebenjob oder darfst du als Abgeordneter nichts anderes bedenken? Als Abgeordneter dürfte ich schon, aber als sogenannte Klubobmann, Fraktionsführer nicht. Also Regierungsmitglieder und Klubobleute haben Berufsarbe in Österreich. Das heißt, deine anderen Fraktionskollegen, die haben noch Nebenjobs? Teilweise. Was machen die so? Naja, manche sind Fulltime-Politiker, das ist auch sehr okay. Wir sagen, wir wollen eine gute Durchmischung haben. Wir sind aber nur zehn Abgeordnete mit circa 40 Fachausschüssen, das heißt, jeder von uns muss circa fünf, vier bis fünf Fachthemen betreuen, das ist relativ komplex. Ich glaube, unsere Abgeordneten sind extrem kompetente Abgeordnete, also die tigern sich da schon ein. Ich habe gerade eine Pressekonferenz gehabt mit meinem Kollegen Gerald Loacker zum Thema Unfallversicherung, das ist immer wieder beeindruckend, ihm zuzuhören, mit welcher Präzision er die Sozialversicherungs, Gesundheitsversicherungslandschaft in Österreich kennt, Lösungen vorantreibt. Ja, und dann gibt es welche, die haben ihren Job behalten oder sind als Unternehmer noch zuständig. Wir haben eine Spitzenmanagerin, die ist in einem großen Computerunternehmen tätig, und zwar an führender Stelle, hat dort milliardenschwere Verantwortung, internationale Sitzeparlament, ist auch noch Biobauerin, das ist eine extreme Challenge für sie, das alles unter einen Hut zu bringen, Biobauer, auch noch Fotz, glaube ich, der ihr das macht. Dann haben wir mit dem Sepp Schellhorn in Salzburg unseren Kandidat, Spitzenkandidat, jetzt auch für die Salzburger Landeswahlen, der hat mehrere Unternehmen im Bereich Gastronomie, hat auch ein Hotel, wo seine Frau sehr viel macht, wo er halt natürlich auch Geschäftsführungen hat, aber auch Skihütten. Ich weiß nicht, wie der Sepp das macht oft, ist auch oft ein Grenzgang für ihn selbst. Sepp ist ein wilder Hund, eine Urgewalt, eine Kraft, und trotzdem kommt da ab und zu das Limit, glaube ich. Wir haben, ja, wir haben einen anderen, der ist auch Unternehmer, ein Dienstleistungsunternehmen und so gibt es verschiedene Varianten bei uns. Kann man von den Diäten hier leben? Also in Deutschland bekommen die Bundestagsabgeordneten ca. 9000 Euro pro Monat, was bekommt ihr hier? Es sind ungefähr 8700 für einen Nationalratsabgeordneten brutto, es sind also irgendwie rund 55% davon netto dann. Ein Klubobmann bekommt ungefähr 12800, glaube ich, ich habe es nicht genau im Kopf, brutto, das ist ein bisschen unter dem Staatssekretär, glaube ich, und etwas unter einem Regierungsmitglied. So, oft ist mal Kritik in Deutschland, wenn die Abgeordneten irgendwie über ihre Renten und so weiter entscheiden, dann entscheiden sie über ihre eigenen Renten, weil die Politiker haben ein eigenes Rentensystem im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Ist das in Österreich auch so? Nein, das wurde abgeschafft. Das war ein Riesenskandal in Österreich. Wir haben ganz fette Politikpensionen und Pensionen im öffentlichen Bereich gehabt. Es gibt ja heute noch vor allem zum Beispiel Nationalbankpensionisten, die teilweise über 30.000 Euro pro Monat haben, 15 Mal im Jahr, es gibt 15 Monate für diese Leute. 15 Monate? Ja, halt 15 Mal mit Sonderbeziehungen und so weiter. Das ist völlig absurd. Das ist krank. Das bekämpfen wir niemals aufs Härteste, weil wir sagen, das ist natürlich in your face. Wenn du heute ein junger Mensch bist, wurde für die Harte unter 45-Jährigen wurden schon in unsere Formen derart gestaltet, dass sie zwischen 20 und 35 Prozent weniger haben werden im Vergleich zu ihren Vätern. Im Vergleich zur Mutter geht nicht, weil andere Erwerbskurven, die Mütter und die Töchter. Das heißt, das ist ein eklatanter Einschnitt, weil wir nicht natürlich, wir wollen keinem Pensionisten heute was wegnehmen, den sogenannten ASVG-Pensionisten, also den Regulärpensionisten, aber wir müssen weitere Reformen vorantreiben, damit die jungen Menschen eine Chance haben, irgendwie eine Auslage zu finden, wenn sie dann in Pension sind. Natürlich denkt ein halb der 35-Jährige nicht über Pensionen nach, aber eines ist klar, er wird in einer Art von prekären Situation sein. Altersarmut wird ein Riesenthema sein, ab 2050 aufwärts in Österreich. Das kann man mit der heutigen Situation der Pensionisten nicht vergleichen. Und darüber diskutiert kein Mensch, weil es weit genug weg ist und weil natürlich keiner sich mit den Pensionisten verscherzen will und überhaupt das Thema schwierig und wir sind die einzigen die Neos, die das Thema anpacken. Der Herr Kurz war exakt unserer Meinung noch vor drei Jahren und als er Kanzler wurde, hat er das in seiner allglatten populistischen Art und Weise völlig fallen gelassen. Er ist noch unter 35, muss ich sagen. Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist eine große Enttäuschung. Ein Mann mit so vielen Talenten muss sich schon hier der Verantwortung stellen und nicht nur, Kurz macht nur zwei Dinge, Dinge, von denen 70 Prozent der Bevölkerung zustimmen. Deswegen ist das Ausländer- und Flüchtlingsthema sehr dankbar, weil da 70 Prozent der Meinung sind, das ist völlig daneben gelaufen. Da ist auch viel daneben gelaufen, aber natürlich nur den Brandmelder zu spielen ist zu wenig. Kurz hat ja auch kommunikativ den Zug, dass er eigentlich nie über Lösungen referiert, sondern immer nur Probleme beschreibt und alle sagen, ja, 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 70 Prozent Zustimmung. Kommunikativ großes Kino, fürs Land mittelfristig zu wenig, wenn er sich nicht noch ändert. Und den zweiten Zug, Kurz macht das, was seiner Karriere gut tut. Der Gott der Sebastian Kurz ist die Optimierung. Professionalität. Auch Optimierung seiner eigenen Berufsbiografie. Das ist legitim, aber nicht ausreichend. Also das ist schon zulässig, aber für eine mittellangfristig gute Kanzlerschaft zu wenig, weil natürlich optimiert haben die Menschen auf diesem Planeten schon die abstrusesten und abscheinlichsten Dinge. Das ist zu wenig. Ich habe mich gerade gefragt, was will man denn als Kanzler noch mit seiner Karriere, also wo will man dann optimieren, will man sich zum Kaiser ernennen? Was habt ihr abgeschaut? Naja, da gibt es ja schon irgendwie Inspiration von Jenseits der Grenze. Wenn ich auf den Orban schaue, der hat sich jetzt gerade in die Zweidrittelmehrheit optimiert. Jetzt kann er alleine schalten und walten. Wird weiter den Druck erhöhen auf Zeitungen, wird sich weiter die Freiheit herausnehmen, Universitäten zu kritisieren, versuchsweise zu schließen, wenn sie zu kritisch sind. Wird, befürchte ich, auch die Unabhängigkeit der Justiz jetzt angehen. Kämpft jetzt offensiv gegen alle Nichtregierungsorganisationen, also NGOs. da gibt es schon noch Luft nach oben. Und man muss schon sagen, dass Kurz und Strache, also die beiden Chefs von FPÖ, ÖVP sich im Wahlkampf ein Match geliefert haben im ORF damals, wer ist Best Buddy von Viktor Arban. Also sie haben da zwei, drei Minuten diskutiert. Der eine hat gesagt, ich kenne ihn aber persönlich und ich habe schon oft mit ihm gesprochen und der andere gesagt, ich kenne ihn auch. und der Kurz hat dann zum Strache gesagt, aber sie bekommen ja nicht einmal einen Termin bei ihm. Es war peinlich. Also sie haben hier mit Viktor Arban ein großes Vorbild offensichtlich und das macht mir große Sorge, weil ich glaube, dass es eben nicht gesichert ist, dass wenn meine Kinder oder unsere Kinder meiner Generation mein Alter erreicht haben werden, würde ich sagen, nur noch zu 60, 40 glaube ich, dass sie in einer Demokratie leben. Zu 40% Wahrscheinlichkeit glaube ich mittlerweile, dass sie in einer Mischform leben werden. Irgendwo zwischen Arban und Putin, so in einer gelenkten Demokratie. Und jetzt kann man sagen, okay, man kann ja auch in Russland heute gut leben, also bis auf die paar hundert, die halt eingesackt wurden und im Knast sitzen, weil sie zu kritisch waren. Wenn man sich mit dem System arrangiert, kann man auch in Russland gut leben. Stimmt. Auch in Ungarn. Aber ich finde, Ungarn wird auch schon ungemütlicher. Also es werden Unternehmen, österreichische Unternehmen müssen Schutzgeld zahlen mittlerweile in Ungarn. Das wird erpresst von der Regierung. Wird natürlich alles ein bisschen eleganter verkleidet, aber de facto ist es Schutzgeld politisches. Die EU ist nicht fähig, das zu korrigieren. Die Unternehmen sind natürlich mitunter bereit, Schutzgeld zu zahlen, weil dann können sie im Markt bleiben. das ist nicht das Europa, das ich meine. Das ist nicht Freiheit, das ist nicht Verantwortung, das ist nicht Nachhaltigkeit, das ist plumpe Machtanheifung in der Hand eines Mannes, der jetzt auch schamlos sein Umfeld bedient und hier das Volk wird abgezockt und man muss ihm halt Sand in die Augen streuen, damit es nicht klar sieht. Das passiert dort. Österreich ist ein bisschen auf dem Weg dorthin, ob wir dort ankommen werden, I don't know. Ich hoffe es nicht. Jetzt wollte ich noch zur EU kommen, aber vorher noch mal, ihr wurdet auch finanziert von einem Milliardär. Ich weiß nicht, ob ein Milliardär ist, aber jedenfalls hat er viel Geld. Das ist Hans-Peter Haselsteiner, Chef der Strabag. Ist das nicht problematisch? Nein, problematisch. Als wir begonnen haben, haben wir nur mit eigenen Spenden. Also den ersten Angestellten zum Beispiel haben wir aus dem Kreis der 40 Anfänger, finanziert. Die Leute kamen dann und haben gesagt, ihr habt keine Chance, ihr braucht mindestens 5 Millionen Euro, sonst habt ihr so eine Markteintrittsbarriere in die Politik. Man muss wissen, die Parteienförderung in Österreich ist die höchste in Europa, mit Abstand, die höchste. Es ist also ganz viel Geld im Spiel. Dazu kommen auch ca. 200 Millionen Euro, die über Inserate ausgeschüttet wird an Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist strukturelle Korruption, vor allem auch von Landeshauptleuten. Also Parteien betreiben hier strukturelle Korruption. Ich sage es immer wieder laut, ich lade auch immer wieder ein, sie mögen mich klagen. Ich möchte das vor Gericht gerne ausfechten, ich bin noch nie geklagt worden. Man kann sich vorstellen, dass in einem Land wie Österreich mit 200 Millionen kannst du viel kaufen. Das wäre Faktor 10, in Deutschland 2 Milliarden Euro. Also wenn ich mit 2 Milliarden Euro in Richtung Medien unterwegs bin in Deutschland, weiß ich, ich kann mal viel herrichten. Und dann noch die höchste Parteienfinanzierung Europas. Da bist du völlig, wenn du jetzt glaubst, so wie die Piraten, die sind gleich mit uns gestartet, die haben gesagt, wir sind unprofessionell und stolz drauf. Weil das ist erfrischend. Die haben gesagt, das ist nur dumm. Erfrischend ist es, aber ist dumm. Wir kämpfen hier gegen ein alteingefahrenes System, das mit aller Macht verhindern will, dass wir hier ins Parlament kommen. Also unser Spitzenkerreiter in Salzburg jetzt, der ist später ins Parlament gekommen, hat in den ersten drei Jahren 23 Sonderprüfungen bekommen. Also nicht nur ich, sondern unglaublich. Also das ist schon ein harter Kampf. Und dann wollen uns manche Leute immer hinstellen als Rich Kids, die am Nachmittag ein bisschen Politik machen zwischen 14 und 16 Uhr. Nein, ich bin ein Bergbau, ich habe da selber kein Geld, das ich noch hineingeben konnte. Ich habe natürlich einiges hineingegeben, aber nicht die Mengen. Die Leute haben gesagt, unter 5 Millionen keine Chance und wir haben gesagt, wir setzen uns das Ziel, 2 Millionen für den National-3-2-Kampf, dann sind wir massiv unter allen anderen, aber dann haben wir eine Chance hier auch nicht barfuß Champions League zu spielen, sondern mit Sandalen. Hat der Typ dann nicht bei euch einen gewissen Einfluss, wenn er sagt, Matthias, jetzt halt mal auf, das zu fordern oder so, das ist gegen meine Interessen, das ist ja ein Bauunternehmer, der hat ja wirtschaftliche Ja, erstens sind wir nicht in Exekutive und vergeben keine Bauaufträge, also ich glaube, es wäre höchst Problem, Nein, der unterstützt uns ja jetzt auch, da wir in Opposition sind, er war selbst mal Abgeordneter und er ist ein glühender Liberaler, er hat gesagt, endlich gibt es wieder eine liberale Kraft. Wir haben von Anfang an einen völlig neuen Weg beschritten, all unsere Spenden sind öffentlich. Ich habe am Anfang durchaus Angebote bekommen, Achtung, da kommt dann Geld über die Kanalinseln und so weiter, das war das gängige Muster bis 2013 in Österreich, damals wurden neue Gesetze erlassen für die Parteienfinanzierung, davor war das nur ein Geschiebe und nur korrupt, behaupte ich, hinter den Kulissen und wir haben gesagt, von Anfang an, wir legen alle Spenden offen, wir haben dann eine Grenze einziehen müssen, wo wir sagen, bis 3,5 legen wir sie nur gegenüber unseren Wirtschaft, kannst du, also die allermeisten, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent sind auch offengelegt, aber wir haben erlebt, dass zum Beispiel eine Lehrerin in Niederösterreich 100 Euro gespendet hat und dir sofort Probleme bekommen und wurde mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht und deswegen haben wir gesagt, unter Stückelungsverbot unter besonderen Umständen kannst du darauf bestehen, dass wir dich nur offenlegen bis 3.500 Euro gegenüber den Wirtschaftsprüfern und dem Rechnungshof und nicht auf unserer Website, weil natürlich gerade in den Anfangsjahren die ÖVP insbesondere jeden Tag an unseren Spendenlisten gesessen sind und diese Leute dann einzeln nachbetreut haben mit Drohungen teilweise mit ganz wüsten Dingen er hat gespendet es ist bekannt wie viel es war ungefähr eine halbe Million bei der ersten Wahl und ungefähr auch eine halbe Million bei der nächsten Wahl für mich ist wichtig nie abhängig zu sein von ihm auch ich werde ihm natürlich immer zuhören wenn er ein Anliegen hat wie ich jedem Mitglied zuhöre aber er hat nie was dafür verlangt und so was mache ich auch nicht das weiß er auch er wartet vielleicht bis ihr dann an der Regierung seid ich habe dir in den letzten Jahren geholfen ja also jeder kann sich was wünschen bei uns jedes Mitglied aber es ist auch bekannt dass er zum Beispiel er ist Mitglied natürlich und seine Stimme hat das Gewicht aber ich glaube nicht dass unsere Mitgliederversammlung die zum Beispiel ein Regierungsprogramm müsste bei uns durch die Mitgliederversammlung die ist da souverän und jetzt sage ich mal und das kann er ja gerne auch hören dort kann er auch argumentieren aber dann ist die Mitgliederversammlung halt von Sachargumenten entweder beeindruckt oder nicht beeindruckt aber der Rest ist transparent und wir können nicht wir wollen ja die Parteienförderung kürzen und gerne auch neue Spendenregeln mit Grenzen aber was nicht geht einseitige Abrüstung also manche sagen ja wir nehmen einen Teil der Parteienfinanzierung in Wien jetzt nicht an weil die ist sowieso abstrus die ist jenseits von Gut und Böse da haben wir einen Teil verzichtet weil wir sagen wir müssen das auch vorleben dann sagt unser Mitbewerb das ist ja lächerlich dann verzichtet es auf alles und ich sage naja das geht nicht Abrüstung funktioniert nur im Gleichschritt ich kann nicht sagen ich möchte den Weltfrieden stärken und deswegen gehe ich in atomare Abrüstung und jetzt mache ich mal den ersten Schritt klatscht sich der Putin auf die Schenkel und sagt wie dumm ist denn die Truppe ich wollte zum Schluss nochmal wir sind fast schon drüber ich hoffe du hast ein paar Minuten extra über Europa wir hören in Deutschland immer Macron und Merkel die sollen sich mal einigen man hört immer nur von deutsch französischen Reformvorschlägen wir hören aber nichts von den anderen EU-Staaten und darum haben wir uns gedacht in Österreich fragen wir doch mal nach ob die Österreicher ob du als NEOS-Chef Ideen hast wie man Europa weiterentwickeln kann soll man Europa weiterentwickeln oder bist du vielleicht sogar zufrieden wir müssen es weiterentwickeln also Europa ist wie ein Fahrrad das musst du liebevoll treten sonst fällt es um Europa ist unsere Basis für Frieden für Lebensqualität für Wohlstand für Sicherheit wenn wir das miteinander nicht kultivieren wenn wir das miteinander verlieren in Europa dann prophezeie ich dann wird es diese Sicherheit nicht mehr geben dann wird es diesen Wohlstand nicht mehr geben diese Lebensqualität nicht mehr geben für die Generation unserer Kinder und das kann auch unsere Generation noch erwischen natürlich die Motivation ist klar wir haben nicht mehr Zeit ich will eine Republik Europa das ist meine Vision ich glaube dass aus Krisen und die werden kommen mittelfristig eine Republik Europa erstellt also der österreichische Nationalstaat stirbt langfristig ja das wird in Schritten gehen wir haben eine lange Tradition auf diesem Kontinent seit über 2500 Jahren nehmen Bürgerinnen und Bürger wenn ihnen es zu blöd wird wenn das fassvoll ist sagen sie ich rufe eine Republik aus und das wird geschehen nicht mit 27 Staaten aber es werden einige Staaten vorangehen so wie die Schingen Gruppe sich irgendwie gefunden hat und nicht genau die EU Gruppe ist so wie sich die Euro Gruppe gefunden hat und nicht genau die Gruppe der EU Mitglieder ist so wird sich eine Gruppe finden die vorausgeht und sagt wir schaffen eine europäische Staatsbürgerschaft wenn man so will wir integrieren die Außenpolitik die Sicherheitspolitik komplett wir koordinieren gemeinsam die Währungspolitik die Wirtschaftspolitik wir wollen aber auch ganz starke Regionen es gibt zum Beispiel in Infrastrukturfragen in Fragen auch der Umsetzung der Pflege Sozialsystem vor Ort Kompetenzen die wir hochhalten das wird kommen aber nicht morgen aber bis dahin müssen wir schauen dass wir das Gemeinsame nicht verlieren ich wünsche mir nicht dass es einen blutigen Zwischenschritt braucht also die so große Dinge werden nur als Krisen geboren die Frage ist wie tief muss die Krise sein wir stehen in einem Ring aus Feier von Nordafrika über Nahosten bis zur Ukraine brennt die Hütte rund um uns der Glaube den ich als Student noch hatte nie mehr Kriege in Europa der war natürlich naiv das kann sich in wenigen Jahren leicht ändern wenn wir den europäischen Druck von Bosnien-Herzegowina wegnehmen brennt dort unten das Fass innerhalb von drei Jahren wieder und warum sollte sich der Brand nicht weiterfressen also da müssen wir echt Acht geben ich bin ein glühender Europäer wir lieben Europa wir sind in einer Beziehung mit Europa und Beziehung heißt ja nicht verliebt sein sondern Liebe und Arbeit man muss daran arbeiten an Beziehungen sonst gehen sie vor die Hunde das ist unsere Haltung zu Europa müssen wir da Angst haben dass die aktuelle österreichische Regierung eher ein Brandstifter ist als ein ja die aktuelle europäische Regierung ist nicht zum Brauchen in dieser Frage die sind da sehr Sebastian Kurz versucht da pro europäische Haltung auch zu simulieren bilgert dann natürlich nach Brüssel und zu anderen Amtskollegen das macht er nur weil es opportun ist und weil er weiß dass er unter Druck ist mit diesen Blauen in der Regierung und dass er da irgendwie auch die europäische Empörung containen muss irgendwie isolieren muss im Zaum halten muss aber er hat kein Herzensanliegen hier und das ist das was mir wehtut er hat kein Anliegen das aus seinem Herzen kommt wohin er dieses Land führen will er hätte eine Wahnsinnsposition mittlerweile auch in Europa für ein kleines Land das könnte er führen aber er hat keine keinen inneren Kompass sondern sein Gott ist die Optimierung wäre morgen eine Mehrheit für EU-Austritt wäre Sebastian Kurz auch dafür das so funktioniert der Kerl und das ist besonders tragisch für jemand der eigentlich Erasmus-Generation ist auch wenn Studienabbrecher und so weiter das ist ja alles da will ich nicht irgendwie sondern er ist eine Generation die alle Vorteile von Europa lukriert hat er wäre verdammt nochmal in der Pflicht ich kann nicht erkennen dass er die Pflicht erfüllt aber er wird sicherlich mit großem Marketing Brimborium ab Juli den europäischen Ratsvorsitz abfeiern aber geht irgendeine Gefahr aktuell von dieser Rechtsaußenregierung aus also für Europa also können die können die irgendwas beschließen was also keine die Gefahr ist eine schleichende das ist nicht so dass die mit einem Federstrich sagen können und jetzt ist das abgeschafft oder jenes da ist Europa schon ein Stück weit gut gebetet in Checks and Balances aber das Problem ist dass Europa und die Europäische Union in einer Krise sind dass wir nicht wissen wie tun wir miteinander weiter und dass hier die Gemeinsamkeiten fehlen und dass Österreich halt ein bisschen tendiert zu jenen die sagen ich will eigentlich weniger europäische Gemeinsamkeit das sagen sie nicht mit diesen Worten aber das meinen sie weil sie halt irgendwo diesen diesen nationalen Populismus befeuern wir leben in bewegten Zeiten da sind ganz viele mit Angst erfüllt Verlust der Heimat Verlust der Identität und da sucht man nach Wurzeln und deswegen kommen dann so Geschichten wie halt das Abendland und da müssen wir Fündenböcke finden deswegen Ratzfatz mit einem Kopftuchverbot ja wir haben Themen mit Islam und Kopftuch ernsthafte Themen aber die die Lösungen die sind nicht auf der aus der Hüfte geschossen populistische Schlager sondern das ist harte Arbeit und die wird unterlassen und das ist eine Gefahr mittelfristig das schleicht sich halt hinein und Polen hat schon Schaden genommen Ungarn auch und natürlich können die auch andere Teile Europas infizieren und Österreich hat diesen Infekt leider schon sitzt in der Regierung ganz kurze Themen noch du bist für eine EU-Freiwilligenarmee die eine Nicht-Angriffsarmee sein soll unter EU-Parlaments Vorbehalt ja natürlich weil Europa sich um seine Freiheit und Sicherheit kümmern muss als am Balkan die Häuser gebrannt haben haben wir erkannt Europa ist so dicht besiedelt dass wenn eine Hütte brennt fackelt die Nachbarhütte mit großem Verlass auch mit ab so damals sind wir dann reingestanden und haben gesagt ui es brennt viele Tote tausende Tote die Hütte brennt dafür gab es die Amerikaner grundsätzlich wir haben dann angerufen in Washington und haben gesagt Achtung es brennt bitte schickt uns den Feuerwehrmann und schlussendlich haben erst die Amerikaner diese Kriege beendet wenn man das genauer betrachtet Europa hat eine Rolle gespielt aber wesentlich waren die Amerikaner so ich wünsche uns alles Gute beim nächsten Brand wir können anrufen die Antwort kommt wahrscheinlich via Twitter bin gerade worsto ever Golfplatz oder bei wie heißt sie die Lucky Bunny I don't know also auf jeden Fall der Feuerwehrmann in Washington ist nicht auf den Posten und wenn er am Posten ist wird er nicht verlässlich eindrücken Europa muss erwachsen werden wir müssen Verantwortung für uns selbst übernehmen China entwickelt sich immer mehr auch zu einer sehr entschlossenen Kraft die früher eigentlich auf die Einheit des Landes gesetzt hat 1,4 Milliarden Menschen zuletzt haben wir auch was sie ein Regierungschef auf Lebenszeit und auch nationalistische Töne erstmals aus China das muss uns schon eine Warnung sein wenn wir das vergeigen und ich glaube nicht dass wir es vergeigen ich glaube dass wir Schmerzen haben bis wir es hinbekommen haben aber wenn wir dieses europäische Miteinander vergeigen dann werden deine Kinder oder Enkel in Beking Au-pair machen und nicht weil es cool ist für den Lebenslauf sondern weil sie keine andere Option haben die werden dort 24 Stunden billig Pflegekräfte sein so plastisch in ein Bild gefasst du willst nicht Angriffsarmee das finde ich lustig weil das hört man ja sonst nicht in Deutschland aber ich glaube Europa hat genügend verschissen über all die Jahrhunderte und vor allem im 20. Jahrhundert dass diese Erfahrung fehlt ja den Amerikanern Amerika ist eine moderne Kriegsnation das spürt man auch wenn man in Washington durch die Parks geht und die 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 ganzen Mahnmale sieht die europäischen Demokratien sind keine Kriegsnationen mehr weil wir mit Kriegen genügend Leid auf eigenem Boden hatten zig Millionen Tote ich glaube wir brauchen militärische Kapazität um hier auch die Stirn bieten zu können in einer Welt der Fleischfresser ich war auch in Costa Rica haben wir das angeschaut ein Land ohne Militär wie toll ist das denn das war aber eine naive Jugendphase ja wir sind in einer in einer Welt von Fleischfressern deutscher Politiker der das gesagt hat wir müssen schon den aufrechten Gang so ernst nehmen dass wir für die eigene Sicherheit sorgen können und das heißt nicht 27 Armeen wo jeder ein bisschen was tut die aber nicht im Ansatz die Kapazität der Russen der Amerikaner haben sondern dort wo wir in unserer Integrität in unserem Frieden bedroht sind müssen wir auch sagen können bis hierher und nicht weiter diesen Zustand haben wir in Europa noch nicht diesen wünsche ich mir und deswegen braucht es einen schrittweisen Aufbau einer europäischen Armee die soll keine Angriffskriege führen sie soll aber auch friedenssichernde Einsätze fahren können hätten wir vor sieben Jahren eine europäische Armee gehabt hätten wir uns im UN Sicherheitsrat unter damals noch durchaus Kooperation mit den Russen die werden damals bereit gewesen gesagt wir sorgen für eine Flugverbotszone in Syrien und wir holen jedes scheiß Flugzeug vom Himmel mit europäischen mit einer europäischen Kapazität jedes Flugzeug das diese Zone verletzt wir hätten das Mandat bekommen wir hätten die Kooperation mit den Russen bekommen vielleicht auch mit den Amerikanern damals und die Flüchtlinge hätten in Syrien flüchten können Europa hat keine gemeinsame Außenpolitik Europa hat keine Telefonnummer du kannst es nicht anrufen Kissinger Europa ist nicht am Plan und dann wundern wir uns dass wir mit Problemen zu kämpfen haben das ist schade das ist infantil das ist unerwachsen wir sind immer noch wirtschaftlich gesehen der stärkste Block auf diesem Planeten auch das wird sich ändern die Chinesen werden uns da irgendwann überholen wir sind Global Player wir sind kein Global Player wir brauchen dafür in dieser Welt eine militärische Kapazität und die muss einem Parlament unterstellt sein damit nicht irgendein Verrückter sagt und jetzt marschieren wir sondern die Macht muss hier vom Souverän des Volkes ausgehen das ist die Republik letzte Frage ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe aber ist es richtig dass du einen EU Nachrichtendienst forderst ja aber ihr seid doch für Transparenz und Demokratie wie passen denn Geheimdienste mit also wenn wir uns darauf einigen können dass wir in einer Welt der Fleischfresser auch Geheimdienste brauchen ich glaube schon also ich würde nicht wir befassen uns gerade mit einem Geheimdienst Skandal in Österreich ich würde dringend davon abraten der Idee zu folgen wir schaffen die Geheimdienste ab und Deutschland ist dann besser oder Österreich nein in Deutschland gibt es ja die Forderung den Verfassungsschutz also den Innergeheimdienst zu schaffen ja aber nicht den Geheimdienst insgesamt sondern ein Geheimdienst muss ja das halte ich für nicht sinnvoll das würde die Sicherheit von Deutschland gefährden massiv auch jene von Österreich was wir brauchen sind Geheimdienste die kein Staat im Staat sind das heißt wir brauchen parlamentarische Kontrolle das haben zum Beispiel nordische Staaten ganz gut gelöst besser als als Österreich auch die Schweiz hat es besser gelöst und der zweite Punkt ist wir hatten Anschläge in Europa wo irgendwelche Attentäter munter drauflos gemordet haben und am nächsten Tag sagt der Nachbarstaat wir haben den Typen gekannt ja das bringt aber keinen Toten zurück ins Leben da kann ich als europäischer Bürger nur sagen ich fühle mich verschaukelt von meiner europäischen Union wenn ihr nicht fähig seid euch so zu koordinieren dass mein Leben dein Leben unser Leben geschützt ist dann habt ihr euren Job nicht gemacht und deswegen brauchen wir den schrittweisen Ausbau der Kooperation und natürlich eine europäische Republik bräuchte auch sowas wie einen europäischen Geheimdienst noch einmal da muss parlamentarischer Kontrolle unterworfen sein da ist es ja kein Staat im Staat Matthias danke für deine Zeit danke auch alles Gute euch gute Heimat nach Berlin wann geht es zurück Ende der Woche Ende der Woche wir wollen jetzt erstmal Urlaub quasi du warst jetzt quasi Premiere okay die Leute sind du bist der Erste den die Leute jetzt hier kennenlernen aus Österreich kann man sagen du bist der österreichische Christian Lindner oder ist Christian Lindner der deutsche Matthias Stroll Lindner ist Lindner und ich bin ich wir sind befreundet wir schätzen einander und wir sind auch in derselben Parteienfamilie europäisch in der Familie der Liberalen und dann gibt es genügend Unterschiede da fehlt jetzt die Zeit das zu referieren aber ich wünsche euch allen die ihr hier schaut sehr jung und naiv alles Gute ich finde das großartig dass ihr euch selbst erfunden habt auch im Dauer wir machen auch Crowdfunding ja und bitte helfen Crowdfunding ist wichtig die haben sich selbst erfunden das ist das Leben in die Hand genommen das ist Urneos eigentlich könnt ihr euch jetzt dagegen wehren oder nicht aber eigentlich ist das von der Haltung her näher aus was ihr macht und die Leute die das hier finanziert haben die laufen ab sofort durch das Bild danke dafür danke Matthias ciao keils keils ja ja da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020